Ja, eine vielgestellte Frage, häufig von Eltern mit Kindern, ist Honig der bessere Zucker? Da gibt es natürlich zwei Sichtweisen. Die eine Sichtweise ist die von einer Ernährungsberatung vielleicht. Hier würde man immer sagen, dass man dem Honig vielleicht dem Vorzug gibt, weil es a. ein Naturprodukt ist und b. weil Honig häufig dosierter eingesetzt wird als Zucker. Man findet sicherlich mehr Produkte, in denen industriell Zucker in hohem Maße beigefügt wird. Das ist sicherlich der Ketchup, der allgemein bekannt ist, die Cola, das sind aber auch Sportlergetränke und Ähnliches. Das heißt, der klassische Industriezucker ist sicherlich der, der versteckt in der aufbereiteten Industrienahrung seinen Einsatz findet und da eben dann auch natürlich schädlich ist im Sinne der Adipositasprophylaxe, des Diabetes und eben auch der Zahngesundheit. Das findet man beim Honig in dem Maße nicht. Der wird häufig eher natürlich beim eigenen Backen oder Kochen Verwendung finden und beigefügt werden. Und da sind die Dosen, die benutzt werden, einfach häufig geringer als beim Zucker. Zahnmedizinisch sieht die Sache wiederum anders aus. Da ist es einfach so, dass Honig klebrig ist und alles, was klebt, lässt sich natürlich a. schlecht entfernen und b. geht es auch besonders gerne in Nischen, in Zwischenräume rein, haftet länger am Zahn an und steht damit der Honig auch einfach als Nahrungsreservat über einen längeren Zeitraum Bakterien als Nahrungsgrölle zur Verfügung, die dann eben den Honig prozessieren und Säuren produzieren, die einfach den Zahn enthalten können und die Karies auslösen. Insofern ernährungstechnisch ist Honig sicherlich positiv behaftet. Zahnmedizinisch kann man nur dazu sagen, es ist auch letztlich Zucker, der dort drin ist, der besonders klebrig ist. Hier wäre ich also vorsichtig. Man kann immer dazu raten, wenn keine Zahnbürste zur Hand ist, wie das z.B. bei Besuchen ist oder wenn Kinder im Kindergarten sind, einfach mit einem Schluck Wasser zumindest schon mal gründlich auszuspülen, um zumindest einen Teil nach dem Essen zu entfernen und danach natürlich die regelmäßige Zahnhygiene, am besten dreimal täglich, regelmäßiges, gründliches Putzen. Und das ist dann am Ende neben der Ernährung auch der Schlüssel zum Erfolg, um sich gesunde Zähne ein Leben lang zu bewahren. Gerne unterstützen wir Sie da weiterhin. Wir bieten eben auch die Kinder- und Jugendprophylax an, wo wir speziell eben auch auf die Themen Ernährung als auch eben Putzverhalten eingehen und Tipps geben, wie man sich seine Zähne gesund erhalten kann. Bei weiteren Fragen kommen Sie gerne bei uns in der Praxis auf uns zu. Ansonsten freue ich mich, wenn vielleicht das ein oder andere YouTube-Video Ihre Aufmerksamkeit findet und bedanke mich bei Ihnen recht herzlich. Vielen Dank.